Wir freuen uns sehr, denn wir von RPA1 durften gemeinsam mit der Scherer-Gruppe insgesamt zwei Autos tauschen. Alt gegen Neu. Zum einen durfte sich Karin aus Trier freuen. Über einen neuen Seat Ibiza und Pauline aus Bad Breisig. Die hat ein Skoda Scala bekommen. Ich bin einfach super, super happy und komme, glaube ich, nach wie vor aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Also ich glaube, man sieht es mir auch an meinen Augen strahlen und ich freue mich total. Ja, wir, die Scherer-Gruppe und RPA1 sind ja schon seit Jahren Partner und die aktuelle Aktion hat sich einfach gut für uns angehört. Wir haben uns angesprochen gefühlt und haben gerne zugesagt und gerne wieder mitgemacht. Also ich freue mich echt wahnsinnig, weil man hat es ja so mitbekommen, das alte Auto war halt wirklich jetzt durch und es hätte kein TÜV mehr bekommen. Und jetzt habe ich einfach so viele Sorgen nicht mehr, die ich vorher hatte und einfach auch jahrelang wahrscheinlich einfach viel Spaß mit dem neuen Auto. Also ja, ich freue mich total. Wir befinden uns jetzt im Seat Cupra Schauraum. Das ist Teil unseres neuen Standortes hier am Dreiecknahertal. Wir sind direkt an der Autobahn gelegen, sind bestens erreichbar. Man findet uns gut, man kann uns nicht verfehlen. Wir haben sechs Neuwagenmarken unter einem Dach, haben eine topmoderne, große Werkstatt mit diversen Erweiterungsmöglichkeiten und sind auch für die E-Mobilität bestens gerüstet. Wir haben gemerkt, dass auch bei uns die Anspannung gestiegen ist. Kurz vor der Bekanntgabe wurde die Anspannung immer mehr und am Ende war es umso schöner, die Reaktion der Gewinnerin zu sehen. War klasse. Du bekommst ein neues Auto. Oh, ich kann mir gar nicht glauben, dass es wirklich passiert. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe gerade noch Freude.